Wegen Dieters Auftritt bei DSDS, Katja Krasavitsch ist sauer. Der Beef zwischen Dieter Bohlen, 69, und Katja Krasavitsch, 26, nimmt einfach kein Ende. Das Jury Urgestein und die Rapperin liegen bereits seit den DSDS-Castings miteinander im Clinch, und auch im großen Finale der TV-Show blieb den Zuschauern der Zoff nicht erspart. Der Pop-Titan trat im Rahmen des Staffel-Showdowns mit dem Hit Brother Louis selbst auf der Bühne auf. Die Performance nimmt Katja jetzt zum Anlass, erneut gegen Dieter zu schießen. Klammer Punkt 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 Klammer Wenn ihr wüsstet, was Dieter vor dem Auftritt für ein Theater gemacht hat bei RTL, damit er und Nura auftritt und nicht eine andere Person. Ich sehe den Moment. Amen. Amen. Zählen die Stunden bis sie wieder gehen können? Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Berichtet die 26-Jährige.